Ziemlich bedröppelt sehen sie am Ende aus, in jeder Hinsicht. Die gute Nachricht, so wie heute, wird die Nationalelf wohl so schnell nicht mehr auflaufen. Der junge Sané nur einer der ungewohnten Namen in der Startelf Kimmich und Torwart Bernd Leno sogar zum ersten Mal im Nationaltrikot. Auffällig zunächst zwei andere Sorgenkinder. Mario Götze nach dem Rippenbruch und dem Beinahebruch mit den Bayern sehr aktiv. Nur per Foul zu stoppen, Elfmeter, Mario Gomez mit der Führung. Jogi Löws Laune sinkt nach 40 Minuten, denn die Slowaken plötzlich gefährlich. Hamsik mit dem ersten Schuss aufs deutsche Tor, Leno in seinem ersten Länderspiel chancenlos. Bei der nächsten Szene allerdings nicht ganz. Ecke Slowakei, Kimmich lässt Durisch laufen, Leno bekommt die Fäuste nicht hoch. Die beiden Debutanten ermöglichen die überraschende Führung der Slowaken. Gewitter zur Pause, mit einer halben Stunde Verspätung geht's weiter. Löw bringt mit Brandt und Weigel zwei neue, dazu Ter Stegen im Tor. Technische Tricks können sie in der Augsburger Sumpflandschaft nicht mehr zeigen. Das, was Ter Stegen nach dieser Ecke macht, kann er allerdings nicht allein auf das Wetter schieben. Drei Schüsse aufs deutsche Tor alle drin und wieder lässt Kimmich seinen Gegenspieler alleine. Die Platzverhältnisse verhindern sogar noch das vierte Tor für die Slowaken. Und sonst? Julian Brandt mit ein, zwei guten Szenen. Hier mit dem sehr aktiven Götze übrigens eigentlich ein klarer Strafstoß. Sané zeigt zumindest einmal sein Talent. Viel mehr war nicht. In der ersten Halbzeit fand ich, wir haben ein paar gute Aktionen nach vorne gehabt. Das war schon auch gut, ein paar gute Laufwege, einige Möglichkeiten rausgespielt. Defensiv waren wir nicht so gut heute. Gerade in der zweiten Halbzeit war es schwierig, klar, das steht außer Frage. Aber nichtsdestotrotz, es war eine Vorbereitung, ein Testspiel für uns. Und wir können einfach nicht 3-1 verlieren, das geht so nicht. Eine 1-3-Niederlage in einem skurrilen Testspiel, das wenig Erkenntnisse bringt. Bis zum ersten Spiel bei der Europameisterschaft bleiben noch genau zwei Wochen Zeit.